Geil Ich bin Profi Bro, die weiße Brille, weiße Cap Nein! Ey das erste was ich seh sind nur Rosinen in diesen Dingen drin Wer mag denn schon, wer mag denn schon Rosinen? Ich, ich Rosinist, ja ja ich bin Rassist, ich geh immer Rosinen Rosinist Okay, also hier ungefähr Wo ist mein Eisenspitzhacke hin? Hä? Schon kaputt? Ach da, hä? Hä? Achso Nein, nicht Kuh Ah, Rentneralarm Boah ey, mein Urin ist richtig dunkelgelb Ist nicht gut, muss man trinken Halt Schnauze, keine Marke, du hast keine Freunde Es gibt so viele Wasserzommis hier, was ist denn das für ein Peißtier? Noch einer Ja, yo! Das Finale ist so episch Und dann endet das Finale so kacke Und dann Also es endet gut, aber es endet kacke Also es endet schlecht eigentlich, aber es ist halt doof Ich kann auf Eis fahren, ist schneller Ja? Oh ja krass Oh kack, oh shit Ja, das ist echt schnell Ach du Heiliger Süße, kleine, feine in dein Lieblingsohr hinein Chicorée habe ich gesammelt Chicorée Bye Lando Bye Lando Amikus Lando Was? Sixthilfe Random Lieder jetzt Ich habe vor, jetzt würde ich in der Großstadt wohnen Ich könnte um halb zwei noch was zu essen bestellen Stell ich das mal vor Oh, vielleicht kann ich da sogar noch Ich meine, ich wohne in der Großstadt Das ist ja, wenn man Highlights Ah Oh, ich habe auf dem Kabel gestanden gerade Das hat wehgetan Ich habe mir gerade fast mein Hirn aus der Nase genießt Oh Aber immer schön raussnießen Nicht reinstecken Äh 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 Diebische Elster Tja Okay, das war cringe Jetzt muss ich zehn Minuten stehen und in Reimen sprechen Dann kann ich gehen und das Bein mir brechen Oh, die sind da drin Oh Gott, es sind zwei Leute drin Was? Es sind zwei drin, die kommen durchs Fenster durch Die kommen durchs Fenster durch, du Kek Welches Fenster? Ja, beide Fenster Bist du sicher? Ja, oder Prozent Ich habe es dem ganzen Stream nachgucken Schaut, dass Glas nicht komplett durchsichtig ist So, dass es immer so einen weißen Rahmen hat irgendwie Aber anders würde ich es auch gar nicht sehen, dass ich diesen Glaskontainer gebaut habe Wenn ich es nicht sehen würde Die Paula ist ne Kuh Die macht nicht einfach muh Die macht nen Pudding, der hat Flecken Den kannst du löffeln und auch schmecken Vanille, Schoko, Schoko, Vanille Ich komme echt mit Paula mit der Brille Paula ist ein Superstar Bla 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 ist das klar Der krabbelt auf dem Boden, ey, oh mein Gott Der schreckt raus Ah, weg hier, ah! Hau ab! Ich bin tot! Hä? Einschlag und ich bin dead! Och mann! Nehmt euch einen, ähm, einen Anblick Einen Anblick? Einen Angucken? Ne, wie heißt das? Einen Antlitz? Ein Beispiel! Ey, ich kann deutsch! Oh! Ganz spitz ab gewesen, wollte ich gar nicht Soll ich die Haut! Ah! Ah, ich hab eine weggesnackt Die ist jetzt im Haus Ich verarbeite die jetzt zu haschisch Äh Zu haschisch? Habe ich jetzt aus, wenn ich mich voll gewichst Dich jetzt aus Maaaann Wo hab ich jetzt aussehe? Oh mein Mann! 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 Wenn ihr so langsam sich bückt und diese Tasche aufnimmt Beeil dich doch, wenn er direkt neben dir ein Keck steht Der dich schlägt Hä? Was ist mit dem Keck, Mann? Oh! Ein Rucksack! Ich hebe ihn mal ganz langsam auf, obwohl hier überall Leute sind Ich hab grad auch aufbrauen muss Aloe Vera gibt sie mir Ähm Diesen Ähm Making f- Stupid Things I can't Ich hab zum Beispiel über Fritz geträumt Der mit mir in meinem Bett Bett Fritz Meinecke von Samwise2 Weißt du Und da ist der irgendwie dann runtergerannt ist Ich hab dann Bett noch gegessen Dann unten war plötzlich dann das Zimmer Also meine ich Zuerst war das Kinderzimmer von uns zu Hause Von früher Da hab ich runtergegangen dann war unten plötzlich das Wohnzimmer von unserer Oma und dann saß da ein Typ von diesem YouTube-Video von Leroy, dieser hundertjährige Typ, hat irgendwas gelabert, nichts verstanden, dann war ich bei Oma in der Küche, dann kam Fritz angerannt, hab gemeint, ob ich ihm den Rollenstempel geben kann, weil scheinbar sein, wo es in der Staffel, wo ich mitmache im Traum, wohl mit so verschiedenen Rollen ist, also einer ist da die Rolle, andere die Rolle, keine Ahnung und dann soll ich irgendwie meine Rollenstempel tauschen mit jemanden, weil derjenige, für den es besser passt, dann kam also reingerannt ins Haus von Oma und Opa dann hab ich ihm das gegeben, mein Equipment lag so auf dem Tisch random dann auf dem Wohnzimmertisch, dann hab ich ihm das rausgekramt, plötzlich waren wir dann zum Supermarktparkplatz unsere zwei Supermärkte waren nebeneinander in jedem Supermarkt war dann ein Team und wir mussten uns irgendwie dann vorbereiten auf einen Kampf gegeneinander das war dann Seven vs. Wild, so Seven jeweils, die versus gegeneinander sind und dann waren wir da, haben so komische Softair-Waffen gehabt die eigentlich so Paintball-Waffen waren, weil die im Gesicht so gelb geplatzt sind und dann haben wir da, war ich am Ende voll kacke und plötzlich war ich halt über krass stark konnte fliegen und alles, konnte rumfliegen auf dem Supermarktparkplatz dann waren alle angepisst, weil ich alle besiegt hatte dann ist mein Team schon weggefahren, hat nur einen Zettel da gelassen und gesagt hab, wir sind schon weg wo so quasi so ein Krankenschreiben und ein Busmietungszettel da lag da bin ich zum gegnerischen Team gegangen und gesagt, jo Leute mein Team ist weg und dann waren die auch schon an anderen Pappen und dann war ich halt wütend, weil es halt so kacke lief hab dann was kaputt gemacht und dann haben mich Leute gesehen, waren auch wütend da hab ich mit dem Finger gezeigt und hab gesagt, Reparo und dann wurde das alles wieder repariert und das hat dann einer gesehen da bin ich nach Hause, hab ich zum Supermarkt gelaufen zu meinem Supermarkt hab meine Sachen gepackt, dann kam der andere Typ angerannt und hab gesagt, hey ich hab's gesehen gerade, kannst du wirklich zaubern und ich dann so, ja okay dann greift er so ein random random Kleiderbügel raus zerbricht ihn und sagt, jo Repari den mal ich dann so, Reparo, hab ich den repariert? und dann hat er gemeint, ob ich eben eine Rakete machen kann und dann hab ich irgendwie einen Zauerspruch gefaselt da kam eine Rakete, die exportiert ist irgendwann kam da auch so ein Jamaikaner durch den Supermarkt, durch den Supermarkt einkern, reingerannt, bin so aufbrett hab irgendwas gelabert, was ich nicht verstanden hab und dann hat er gesagt, jo kommt zu uns rüber zu unserem Team und macht da auch eine Rakete nochmal, hab ich rübergegangen, Rakete gemacht hab ich aufgewacht ich bin Profi Bro, die weiße Brille, weiße Cap Moment mal, da steht was nicht stattdessen Bärs und Fett